Fick Dich Mom Ah, da bist du ja, Wunderarsch! Superhelds seien es schwerer, als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit! Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus! Äh, jetzt haben wir die Slots. Jetzt haben wir die Slots. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. So, und jetzt kommen wir auf, ähm... Genau. Plus eins, plus eins, Liden, plus elf. Liden, plus 18, zwei. Plus 22, das Gesinn, drei. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superhelden-Abenteuern. Du kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschloch! Jo, mach mal. Jetzt mach mal zu den Sechstklässler. Na dann mal los. Kann ich nur in die Hose gehen. Die Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power, Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp. Oh hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere. Die werden dir das Leben erleichtern. So, Schnellreisestation auch. Hier, Miezi. Komm, Miezi, Miezi, Miezi. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib mir den Stein. Du Pussy, zünd das Scheißding an. Nein, ich werf den Stein. Werft irgendwas, ihr Ärsche. Lass uns einen Böller an den Stein binden. Ich sagte, ich werfe den Stein. Wirf doch stattdessen einen Böller. Au. Wollen wir uns wirklich mit den Sechstklässlern anlegen? Keine Gnade, Leute. Klar, ladet alle eure Viertklässlerfreunde ein. Mehr Spaß für mich. Zeig uns, was du drauf hast. Vielleicht mal haben wir einen Vorteil. Helden und Gegner sind gleich stark. Gegner haben einen Vorteil. Ja, ist ja die Hölden, die man drüben wollte, ne? Das wird sich jetzt wirklich etwas anpassend machen. Lipp mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Woher hast du Laser? Ich will auch Laser. Wen soll ich quälen? Ich wähle Dings. Scheiße für dich. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Ja. Haha. Ha. Lass dich da von deinem Freund massieren. Ich bin jetzt dran. Gefällt dir das Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Okay. Ich bin jetzt in der Türkei. Ich bin in der Türkei. Er schützt die Türkei. Hey Kyle! Oder Kite! Oder wie auch immer. Tu was! Wir tun ja erst heilen, dann schützen oder schützen und dann da drin ich 15, wir haben 72. Ist jetzt die Frage Angriff oder Angriff Kümmerung? Hier gibt's kein Zeitlimit, oder? Wieso heilen? Schwindelwind! Ein schadensapprobierender Schild! Scheiße! Ich will auch so'n Schild! Mein verdammter Zugmann! Das hier macht zwar keinen Schaden, gibt's dir aber ein Schild und macht mein Ziel! Direkt ins Ego! Oh, rein neuer! Okay. Da ist mir bei beiden weg. Da schmeißen wir den hin. 42, 27, 27... Erledigen wir das, oder was? Das gibt garantiert ne Narbe! Ich hab zur Zeit nen Haufen Stress! Den werd ich an dir abbauen! Ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann! Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Viertklässler versohlen! Geile Sache! Scheiße gelaufen, neuer! Füllt den Zorn von Hildenkeit! Ein Viertklässler mit nem Drachen! Ja, das ist der Jetstream! Zum Heilen! Ziemlich praktisch! Ziemlich praktisch! Ziemlich praktisch! Geh dich endlich dran! Danke! Mega-Fortschlag! Das hab ich kaum gesehen! Du schaffst das! Ja! Für Viertklässler seid ihr echt sehr, Brocken! Vollmachen! Ja! 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 Du darfst da hin, dann gib mir mein Schild hoch. Du kannst doch mich sehen! Bin ich schon am Zug? Okay! Los, Wunderarsch! Los, Wunderarsch! Was sie mit einmal schaffen denn nicht? Dann lass den mal hin. Mach wann du willst, jetzt zum Beispiel! Mach jetzt! Wobei, wir haben ja noch Schild und so, ne? 27, 30 und Feuer. Au! Kein Arsch lässt es so krachen wie deiner, Furzlord! Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Ah! Ich sterb nicht als Jungfrau! Ja, klar! Sehr schön! Der Wind der Gerechtigkeit! Okay, das war ziemlich cool! Geile Teamarbeit! Okay! Geile Aktion! Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir vier Sechsklässler verprügelt haben! Das fördert das Franchise! Obwohl dich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier haben! Das waren Fehlern! Ziemlich dumm! Okay, jetzt besorgen uns noch mehr Follower! So, wir müssen jetzt hier nach oben! Okay, dann gehen wir erst mal links! Hast bei Kryptonit nichts angegeben? Bist du unbesiegbar? Das geht nicht! Laut den Regeln brauchst du ne Schwäche! Such Mosquito, der hilft dir! Ich übertrag den Rest auf deine Karte! Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen! Soll ich dir die Fresse polieren? Ah! Plane, Nommerkampf starten! Kann man? Ja! Plus vier! 2 4 4 Musik Warte mal. Inventar. Steht das da mit drin? Natürlich nicht. Grafting. Ist das auch nicht drin? Gerechtigkeit von oben! Hau sie weg, Neuer! Im Zweifelsfall irgendetwas schlagen! Nur weil du einen niedrigen Schwerpunkt hast! Das ist nicht fair! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Ohne zu zucken! Respekt! Hab ich Platz zu machen, fällt unter Anti-Aggressions-Therapie! Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen! Gleich riecht's hier verbrannt! Wer braucht am meisten Ertragpögel? Mega-Faust, Pachiru! Ach, schief fertig, Saftsack! Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Boot? Ich bin drin! Okay! Kleiner Rückschlag! Also los! Könnt mir dich egaler sein! Jaau! Genauso, mit Köpfchen! So ne Scheiße! So ne Scheiße! Nicht gucken, ihr Schwartel! Wahahaha! Starterlaubnis! Heilung! Still dabei! Ich bin dran! Omega Crash! Nächster! Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken! Puh! Wiederhin nicht gewonnen! Bis dahin! Stuh... Dippen! Dippen! W Oops. Get on those. So, wo sind wir? Wir sind da. Dann gehen wir noch um die Häuser. Oder auch nicht. Was haben wir denn da? Erinnerst du Capri-Sonne? Oh, das war die Besten. Ich erinnere. Oh, ich erinnere. Erinnerst du Takeshi's Castle? Klar erinnere ich. Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder eher Männerküche. Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder? Willkommen in meiner Männerhöhle. Hmm. 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 Ich erinnere ich das nicht. Wir laden doch mal von dir. Ja. Jetzt nicht der Typ. Oh! Oh, das ist kein Junior! Das ist was das für mich. Blinder, blinder, blinder. Gute Wahl! Komm bald wieder! Würdest du eins dieser selbstgemachten Kostüme tragen, würde ich dich liken. Okay. Lass uns ein Selfie machen und Künstler-Gram-Freunde sein! Juhu! So süß! Gut, und wieder umziehen. So süß! 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 Das war's. Hey! Wüste die Agenten des Chaos! Time alone. Crafty. Tickk? Was bedeuten diese Bonus- Leger? Rückstoß Status Effekt Schaden Ah ok Status Effekt Schaden plus 20% Das ist ja nicht schlecht Momentan das Beste was wir haben Achtung Ultimativ Kraft Erholung plus 15% Wir sind nichts gegen meine Armee Wir sind nichts gegen meine Armee Was ist die Superkraft von dem Arsch? Faulheit? Was kann der Wieso bist du so groß zu mir? Zu mir! Überrennen wir sie! Wieso bist du so groß zu mir? Langsam wird's kalt sich zu ergeben Da tut ja schon das Wortspiel weh Steht's bereit? Hier kommt Kite! Beuge dich Chaos oder zahle den Preis Raja! Ein weiterer Etappensieg für Chaos! Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Supercrack zur Rettung! Ich hab genug vor dem Kack! Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin! 3 Hahahahha! Das macht mich nur stärker! Unordnung obsiegt! Ja? Du kotzt mich an! Ah, wieder verpatzen. Grundgültiges Chaos! Ich mach das! Vielen Dank! Wir sind wie die Heuschrecken! Chaos ist unausweichlich! Macht euch bereit! Gut. Wir bringen uns hier in Sicherheit. Versuch's doch, Wippert! So sagt man für Schmerz! Ich hab keine Wissenschaft raus! Leg einfach los! Puh! Das ist doch nicht fair! Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Du bist nichts gegen den Meister! Ich sag mal auf für dich, Alter! Es ist keine Zeit! Und ich habe das Gefühl, wenn wir es nicht mehr so weit gibt! Gangeshin! Du bist nicht mehr so weit! Ja, was ich nicht mehr so weit gibt? Ich hab mir das recht gut. Oh, das ist schon so weit. So, hier haben wir noch was versteckt. Geh mir aus dem Weg, verdammt! Ja, warte mal. Noch ne Tür? So, da gehen wir mal in die Mall bzw. Community Center.